So, liebe Leute, es geht wieder zum Markt in Stendal. Heute, 20. Juni. Hier mal eine andere Perspektive zum Markt. Mal gucken, wer heute wandern geht. Und, ja, sich einsetzt für Veränderungen. Na, es ist wieder kurz vor sechs im Markt. Hier haben wir eine Fahrraddemo. Ich weiß nicht, was andere. Ich bin heute schon früh, oder? Ich bin heute schon früh. Aber ich habe schon welche gesehen. Aber was sich da hinten anwand, weiß ich nicht. Heute mal in Grün? Was? Heute in Grün? Ja, passen zu der Natur. Hallo, ich grüße dich. Guten Tag. Ich grüße dich auch. Und, was sind da für welche? Junge Rebellen. Junge Rebellen. Nein, wir kommen nicht mit. Wir gehen in die Apotheke, wir sind dran. Stützstrumpf holen, ja? Schnelltest holen. Stützstrumpf. Ein Sonnenkind. Ein Sonnenkind. Ist mir ehrlich ein bisschen geschehen. Hallo. Na? Hallo. Ronny, ich habe die Haare schön und rasiert. So, das waren alle Studenten. Hallo. Die machen unter sich Run and Dine. Hallo. Die fahren zu den Leuten und essen dann irgendwo. Ach so. Also, es hat nichts politischen Hintergrund. Hallo. Hallo. Also, mehr spazieren gehen? Nee, aber richtig schnell. Wir sind dafür bekannt. Hallo. Ich wollte mal fragen, hast du das auch gesehen? Diese, in Düsseldorf diese Aktion, aber das macht ja schon länger. Die Galerie mit Bildern. Ja, 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 ja. Von den Impf-Toten. Coole Aktion, ja. Coole Aktion, ja. Der hat das, glaube ich, als Demo, ja, irgendwie angemeldet. So eine Kunstaktion, oder von einem anderen Video, der ist eh, aber schon cool. Coole Aktion, ja. Hast du es gesehen, ja. Hallo. Geht's dir gut? Perfekt. Das ist vielleicht unser Job. Hallo. Seht doch nur, hallo. Ja. Nur am Raschel. Ja. Und Post-Eis. Und dann wunderst du dich auch, wenn der Zahnarzt grüße zu gehen. Ja, ja, dann magst du natürlich auch. Ja, ich denke mal. Geht's halt. Hallo. Schön. Ja, mit Michael hier. Hallo. Was das für Radfahrer vorhin waren? Du hattest doch nachgefragt. Ja, ich hab das vorhin schon mal erklärt. Ich hab gefragt, das war ein Studenten vom Studentenverein. Und die machen Run-and-Dining. Die machen was? Run-and-Dining. Aber Rennung und Essen, weißt du? Ach so. Sie fahren Studentenküchen ab und kochen heute Abend in verschiedenen Küchen. Aha. Und da fahren sie jeweils mit Fahrrädern. Okay. So eine Art Schnitzeljagg. So, Essen beschaffen denn, ja. Okay. Hab ich auch noch nicht gehört. Ah, mal ja, nicht aus, nee. See you later. Ich hab jetzt gegenwärtig... Na ja, und wo sind Sie? Ich würde lieber so zwei Liter machen. Aber so guter Mann kann ich auch nicht machen, weil ganz, weil ich das halb viel stehen kann. Ja. Du hast da noch ist so, okay? Ja. Ja, und dann kann man doch sagen. Ja. Das ist so. Ja. Wir haben jetzt laufen lassen. Du sollst auch mal wieder am Start? Ja, das stimmt. Bist du gesund? Ich? Bei der Apotheke habe ich mal kurz vorbeigeguckt und die haben mir gesagt, wenn ich dort nebenan Eis kaufe, dann bin ich wieder gesund. Prima, das sieht man ja. Genau so ist es. Es ist auf jeden Fall gut drauf. Bist du Minion-Fan? Minion-Fan. Weißt du, wie der Minion entstanden ist? Damals hing da auch mal die Friedensfahne dran. Da dachte ich, wenn sie dich jetzt mit der Friedensfahne erwischen, da drückst du ja was mit aus, dass du für einen Frieden bist. Dann sagen sie, die sind auf einer Demonstration. Aber ich drücke ja mit dem Minion eigentlich auch was aus. Das weiß ich nicht. Das hätte man mir vor Gericht eigentlich nachweisen müssen, dass es halt nicht so ist. Dass ich damit nichts ausdrücke. Wie auch immer. Und seitdem ist der Minion dran hier. Super. Ja. Eure Frisuren stehen auf Stochen. Na ja, wie gefällt es euch heute? Super. Super, wir sind gleich mal schwach besetzt. Ja, immer die gleichen. Immer die gleichen. Mittlerweile kennen wir alles so gut. Jo, ist auch schön, dass man sich neu erkommt. Irgendwann machen wir Familienfest, ne? Ja, so ist es. Machen wir Familienparty. Spaziergang. 22. Wie bei Abiball. 22. Wieder bringen was zu essen mit. Ganz genau. Du musst Bescheid sagen. Setz dir mal an, sagst hier, wir machen mal. Machen wir unsere eigene Beanschreiterung. Fede, jeder bringt ein bisschen seinen Lieblingssalat mit. Und dann wird hier ein bisschen. Na ja, mal gucken. Vielleicht hört ja einer zu. Ja. Der da ein Plätzchen hat für uns. Oh, jetzt wird's wenig. Hoffentlich ist der Ton noch gut. Oh, jetzt wird's noch gut. Ja, ich geh' nach der Mitte. 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 Wie? Vielen Dank fürs Kommen, fürs Montag, liebe Freunde. Und jeder bringt zwei mit? Ja.